An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner hier bei uns in Niedersachsen. Also ihr leistet wirklich tolle Arbeit und einer von ihnen möchte alle Niedersachsen motivieren, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Feuerwehr Willi aus Fesbeck in der Region Hannover. Er wurde sogar mit dem Förderpreis Helfene Hand ausgezeichnet. Moin Willi, grüße dich. Ja, ich grüße auch. Ja, wir müssen erstmal gratulieren. Du wurdest ja vom Bundesinnenministerium ausgezeichnet. Ja, vielen Dank. Ich bin immer noch ganz berührt, muss ich sagen. Ja, sehr bewegender Moment. Also ich als Feuerwehrmann, als freiwilliger Feuerwehrmann, kenne dich natürlich, bin ich ganz ehrlich. Erzähl mal, was machst du genau? Auf YouTube oder Facebook mache ich Studiumsvideos im Bereich der Feuerwehr. Das heißt, ich stelle Feuerwehren vor, zeige auch ein bisschen was für die Allgemeinheit, wie man erste Hilfe macht, wie man eine Rettungsgasse bilden muss. So alles rund um Feuerwehr, Rettungsdienst und THW. Total toll. Halt eben auch über eine Plattform, die ein bisschen ungewöhnlich dafür ist, aber glaube ich auch echt viele erreicht, ne? Genau, das wurde auch hier ausgezeichnet, dass ich quasi den Weg genutzt habe über das Internet, um die Jugend zu erreichen und auch ganz viele Leute schon bewegt habe, auch zur Feuerwehr zu kommen. Zum Beispiel in Kurzhorn, nach meinem Video, da sind vier Leute eingetreten. Das ist eine super Zeit, in Röttgensbüttel bei Braunschweig, da sind zwei Leute danach eingetreten, also man bekommt das schon mit, die sagen auch wirklich, ich bin wegen der Videos da und haben sich deshalb getraut, zur Feuerwehr zu gehen, meist Jugendliche. Großartig, finden wir ganz, ganz toll. Danke, das ist aber lieb, sehr gerne. Und wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht und du noch ganz, ganz viele Leute motivierst, zur Feuerwehr zu gehen. Hoffe ich auch, ja. Ich bin guter Dinge und hochmotiviert immer noch. Feuerwehr Berlin, danke dir. Sehr gerne. Na denn. FFN. Ado. Ado.